5 und 9 plus 10 hier, 5 und 9 plus 10 auf Rügen Island und der Name Markus, Mike Alfa Romeo, Kilo, United Sierra. Thank you Markus, very nice to hear you today. My name is Jonas, like Juliet, Oscar, November, Alpha Sierra. I will say 73, good luck to you as a QRP. Thank you so much for Tango, Florida 3, Juliet, Bravo, 73. Yeah, 73 and all the best. Ja, hier kann man jetzt den Antennendrehkopf sehen. Und hier oben ist dann die Delta Loop angebracht in ungefähr 15 Meter Höhe, dreht sich gerade und funktioniert wunderbar. Ja, das ist unser Antennendrehrotor hier. Klappt wunderbar nach Tango Foxtrot. Tango Foxtrot hatten wir gerade, das müsste Island sein. Ja, das ist unser Antennende boyant. Ja, danke.